Die Top-Förder hätten eine extra Garantie-Verlängerung und die PS5 auch. Also ich hätte dann irgendwie an die 200 Euro umsonst draufzahlen und dann dachte ich mir so, ja, nee, dann kann ich es woanders auch kaufen. Weil, das kann man ja wieder, ja, nee, kriegst du es auf Ebay, kriegst du es auch für 550 oder 150 Euro drauf. Ja, es nähert sich deiner Position. Aber das ist halt deine Spiele und sind halt dabei. Aber das wiederverkaufen kannst du auch nicht, weil jetzt jeder muss noch als Bundle verkaufen. Ich hab mir gesagt, ja, eigentlich nur als Bundle verfügbar. Ich war halt eigentlich, wo man hingeht. So lächelig, weil halt alle irgendwie ihr Geschäft damit machen wollen mit Garantie-Verlängerung oder sonst. Der Drohne ist anzielt! Egal, ich war früher mal besser wie eigentlich, ich weiß nicht. Hier ist noch wer, hier ist noch wer. Bei mir auch. Ich hab halt nur zwei LMGs, Digga. Hier ist einer. Ja, ich schau grad, dass ich an meinem vorbeikomm ohne dass es checkt. Digga, jetzt spring ich runter, jetzt ist hier immer noch wer. Direkt über mir ist einer. Ah, wo, wo, wo? Ah, wo, wo, wo? Neben uns nur mal einer. Ja. Brauchst du noch Platten, komm her. Ah, die sind über uns, die sind über uns. Willst ich das mal jemand holen? Digga, wot der hier grad kassiert. Bei mir, genau bei mir hat sich gerade noch hochgepult. Ich check's nicht. Alles klar. Irgendwie ist der über uns. Da drüben ist einer. Der Feind ist hier aktiv. Da schießt jetzt wieder wer anders. Der andere ist da oben. Ja, der landet jetzt sein Mate wieder. Warte mal, bleib mal leise. Vielleicht läuft der gleich wieder. Der ist über, der ist über uns. Das Gas breitet sich aus. Kommt aber ne Schuhe. Hinter mir! Der andere ist auch unter uns. Unter uns, unter uns. Ja, den hatte ich grad schon angebundet. Dann hat er sich verpisst und stand auf einmal mit seinem Mate. Dann hat er nicht verschiebt, ey. Nein! Er hat mir das Fenster! Ja! Feindliche Drohne ist aktiv! Nein! Jetzt ist er wieder auf dem anderen Fenster durch gewesen. Kommt er da wieder? Feinde landen im Einsatzgebiet! Ah fuck, jetzt sind sie wieder zu zweiter. Ich glaub, wir müssen rausquitten. Ja, dann zieh ich durch. Ja, da hinten ist er. Geh durch. Wir müssen das für Gasgaduschen wohl hier im Link. Ah, das war auch anderes Team, Alter. Feindliche Drohne ist aktiv! Gehen wir schon laut ab, glaube ich. Ja, haben sie. Verstärkung ist unterwegs! Wir sind goldene H4 rumgelegen. Wo soll ich denn hingehen? Ich könnte ne Waffe droppen. Aber wir müssen hier raus. Fuck off. Ja, ich bin woanders. Vor mir! Jetzt hätte ich den Dulli beinahe wieder gedauert. Der andere schaut fürs Fenster raus. Die sind noch da drin. Bei mir läuft wieder irgendwer. Ich checke es nicht. Jetzt krieg ich da er den Kill. Jetzt kriegt er den Kill. Ja, und sie schimmeln mich hier zu zweit. Oh. Ich bin ein Camper, Digga. Ich bin ein Camper, Digga. Ja. Sie haben hier jetzt ne Zweitpiade. Eine mit dem Lacken. Da ist gleich voll der Dulli. Und da haben wir das voll der Schwitze. Dulli. Ach boah. Ja, da sind die Neu. Der dritt ist nicht an die Konten errösten! Statt dich hier. Der abwech nicht in die Verwirrung. Der vorhanden Lacken. Das ist nur ein Verwirrung. Ach so ... ich möchte die... Ja ... 25 km. na hier ist nix aber feindliche Drohne ist aktiv einer laut Headsteig-Sensor einer hat hier einen Schlösser zwischen uns, zwischen uns die Klappe ist auch markiert ja bei mir irgendein ist der bei mir hier rum keine Ahnung bei dir nur einer oder was ja tut keiner im Heartbeat einer dürfte bei mir ist glaube ich ein Tumpen, ach der hat auch keinen der hat glaube ich Lost hier oder? da hat sich der schon wieder verpisst ich geh mal hoch wir müssen irgendwas Schwarzmarktkamster, was ist das? keine Ahnung das ist Schwarzmarktkamster da ist jetzt so ein der ist so ein wie ein normaler Shop bloß in Schwarz da kommt der Gegner besonderes kaufen wo? na ist weggeflogen ich kaufe noch Platten ich bin voll, ich habe acht ich bin voll, ich habe acht welche gekauft und danach habe ich die Kiste aufgemacht und da war eine Panzertasche und da war eine Panzertasche bei mir jetzt gegen da drin 33 Meter davor ey 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 ok da kommt dann Digga ich seh mich mal treff ihn aber und der trifft mich dann trotzdem ey ey säs da ist noch einer auf der Brücke links es ist wahnsinn Digga es ist so schwer wie hart die schon wieder schwitzen hinter dir im Turm schaut auch noch einer das Fenster raus was tut denn da so? naja ich glaub der auch hörst du das? ja 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 ich weiß schon was du meinst bei dem Bound die da hin äh Richtung Zone ist noch einer drin kann schon wieder nehmen blau blau schaut auch noch wieder her der schaut da für ein Fenster raus 30 Sekunden ja schauen wir mal wie ich da jetzt mein Stuff hä wo sind die Leute denn zwei zwei drei zwei zwei drei sind wieder normal Auftrag gescheitert mehr Glück beim nächsten Mal Da schaut er das Fenster aus oder gerade Ich schau gerade, ob er die Waffen holt Ein hier! Was ist dein hinterher? Komm vom Dach runter! Ja, der ist gerade hier runter gesprungen Ja, der ist direkt vor der Haustür Keiner am Hardbeat Fuck, lass mal links rum rotieren Der ist 33 Meter vor uns Wo? Welche Richtung? Ja, da Der ist unter uns glaube ich, oder? Rechts, links, hier, der ist auf blau Ich geh mal da links rum Ja, der hat den Cluster rausgehauen Da landet einer auf orange Komm, die fangen wir ab Die fangen wir ab, die müssen runter hoffen Ich hab die schon gar nicht mehr am Hardbeat Ich glaub die sind in einem anderen richtigen Lauf Fickt mich ein anderer Ich wollte gerade sagen, wir müssen jetzt eher aufpassen, dass von vorne keiner kommt Das werde ich grün Ja, bald muss ich Ja, safe Boah, Sniper Hier, hier ist gleich noch wer anders Oder bist du jetzt wieder? Ne, ich glaub das warst du Wo laufen die mir hin jetzt? Wir können eigentlich bloß links umrotieren Ja, ja, ja Irgendwie links am Strand entlang Ohne, dass sie es mitkriegen Ja Wie gesagt, ich hätte noch die Blackenkiste irgendwo Hast du ein Sniper irgendwo? 12 Uhr, 12 Uhr Gegner Feindliche Drohne ist aktiv Sagt doch gerade aus Ah rechts oben, ah da oben, da oben Oh, das ist ganz schlecht Oh, ich hasse das Warte, warte, warte Oh, der ist One-Shot Der ist One-Shot, der hat nur auf dich geschaut Okay, wir sind drehen Aufpassen, ob sich was fühlt Das ist ein bisschen trainiert Weil er so mit ihm sei Der eine ist One-Shot Hinter dir sind zwei Leute im Berg oben Drei, zwei, zwei Wie sind die hier? Ja sag ihr, das ist das Stimme hier Da ruhig, da ruhig Ich hatte da gerade einen One-Shot Ich hatte da gerade einen One-Shot Und dann hat er es nur um die Ecke geschafft Jetzt kommt die anderen hinter mir Ja, hinter dir sind auch zwei Rechts sind sie neben dir Ja, da Ja Er ist denn noch alleine Nur noch fünf übrig Er schießt die links hinter dir ab Ja, ja Ich schau, dass ich den irgendwie kriege, dass ich so einen Gap bekomme, dass ich den kaufen kann Aber jetzt besuchen die anderen, oder? Jetzt ist er rausgelaufen, warte rausgelaufen Ah ja Marin, das hat der kein Geld mehr Der Feind sprengt über dem Gebiet ab Auf den Himmel ab Du konntest nicht hochzupfen mit dem Flugzeug oder dem Haufen Auf den Barsch Auf den Barsch Das hat dann eher schon wieder Ach, ich wollte euch Oh nooo No 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 Oh, ich wollte euch im Barsch Ohhhh Oh Gott, das ist wieder zu eklig Nimm den Auftrag vielleicht an links Habe ein Gründungsabtrag Koratskisti Habe das irgendein Shop mehr Ich spiele alleine Egal Oder hätte sogar nur einen Shop Wissen die EMP-Granate ist gut? Pfff Ich wüsste nicht, dass sie hier noch springt Das war jetzt vielleicht auch nicht so schlau Sollte ich hochgehen Das Gas breitet sich aus Neue Sicherheitszone wird Oh, nur noch einzelne Gut Ja, eins gegen eins Oh, ich hab zu dem, wo sie sind auf der Karte Ich hab keine Gas mehr Ich hab die gar nichts alle ab Bei links fliegt einer Äh, hab ich gesehen Das ist Eins gegen eins Bei links ist er, links ist er, schießt Digger, stirbt der mal? Digger, stirbt der mal? Eins gegen eins, entschulde Achso Na Na Gibt's ne Torte Er hat sich ne Spritze reinkaut Er hat sich ne Spritze reingaut Er hat sich ne Spritze reingaut Oder? Ja Digger, und den hatte ich halt schon Ich weiß nicht warum Wie heißt der? Marco 5 Ich weiß, ich weiß es echt nicht Das ist nämlich dafür Ich bin schon Level 21 mit dir Aber soll ich nicht Ja, ich hab's ja da schon Da hast du eigentlich schon Ich hab bloß 2 kills Äh Keine Ahnung Ziemlich standardmäßig Warte mal Einer Ziemlich Äh Oh